Hallo, herzlich willkommen zurück bei ArtWord. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben. Wir müssen dieses Gebiet erledigen. Und dann noch eins, dass wir irgendeine... Ich glaube Kraft... Ach du Scheiße! ...bekommen. Und die uns dann im Spiel weiterhelfen soll. Ich... Keine Ahnung. Aber wir... ...werden es bestimmt noch herausfinden. Muss ich wieder da bleiben? Ah, ok. Das ist ihr Aufzug. Einmal auf der Sockmann das. Hahaha. Ha? So? Was? Ok. Okay, 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 okay Boo It's the boom Baby And yet Let's just even be Ah, okay, okay Over, over Over, over Over, over Over, over 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 Hunter Run Thunder Run 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 runter runter rechts fiktor Ah, jetzt war sogar ein Stückstump, sehr gut. Also ich glaube, eine Waffe, ok. Nächster Checkpoint. Ja, woher wir da... So, also wie gesagt, äh... Oh, oh. Ich nehme hier gleich mehrere Folgen am Stück auf. Dass sich das... bei mir besser... also zeitlich besser ausgeht. So, von... von der Arbeit her... Weil es derzeit ein bisschen stressig ist. Also sehr viel Arbeit, viel Stress, oder das... Das wird wahrscheinlich alle wissen, wie ihr siehst. Bitte. Bitte. Und tschüss, bitch. Ach, das ist schön. So. Weiter geht's. Lauf! Ok. Oh... 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 Hold up! Oh... Help! Help me! Ha, 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 ha! Oh... Oh... Ah, ok, gut. So, was muss ich denn... Auf... Wiedersehen... Elu... Abriere! Okay, da geht's. Ok... Oh, mit... Oh... Oh... ... Oh... 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 Tulip... Oh... Oh... Ja, der Paramonialische Tempel. Das war das, was ich gesehen habe. Was ist das? Ich hoffe, dass ihr das nicht gehört habt. Ja, ich mache das... Das blöde. Das blöde. Irgendwas muss ich mit dem zu tun haben. Nervous. Wieso, warte mal. Hör immer noch. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Okay, das ist jetzt ein bisschen... ...tricky. Wie? Hä? So hat das erst. Wie? So? Gedankenkontrolle kann ich nicht machen. Oh, halt, dann bin ich da weg. So geht's nicht. Ich sehe das funktionieren. Wie? Und so? Da wird der. So sieht, der. Ja. Ist nicht mehr. Ich habe keine Chance. Nein. Geht jetzt zurück. Wie geht es denn, Piesten? 1 2 1 2 2 3 3 3 4 5 6 5 6 6 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 Was ist das ohne Kugeln? Das bringt mir nichts! Es hat... Wir werden jetzt einfach 4 rennen Da drüber Das... Hat keinen Sinn Oben hupfen wird wahrscheinlich keiner Hey! Hänger noch! Ich muss irgendwie... Muss ich das schaffen? Dass ich eben nicht aufwege Aber ich muss was mit dem Aufzug bekommen Nee! Das war... Aber kann ich über... Über das Arschloch drüber hupfen? Ja! 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 Ich verstehe das jetzt nicht ganz Ich verstehe das jetzt nicht ganz Muss ich das wirklich drüber? Vielleicht habe ich wieder Ich bin hier mit dem Tuck Das sind Sie, da sind Sie Siehst du auf der lache ne? ich muss denn da vier lupen dann muss ich schnell um ja ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr so es wird zurück das gibt es nicht wie suriten wie so wird es schoffen es gibt es gibt es gibt es jetzt wieder nicht du bist wie kein dummes vieh yes na endlich dregs vieh Verrück! Endlich! Meine Güte! Die Spinnen im Hintergrund sagen wir überhaupt nicht. Nimm dich oder er wieder Maus in acht. Necku! Ja! Okay. Ah, das ist schon... Sie sehen aus wie die Facehugger von Alien. Okay, was ist das? Paramites. 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 Paramites sind nicht gerade hübsch, aber wenn du auf ein paar triffst oder sie gegen eine Wand drängst, dann wird es echt fies. Folge ihnen, wenn du dich traust. Aber lass dich dabei nicht in die Falle locken. Verriet dich bei, indem du Fleisch wirfst. Okay. Steinschloss. Was ist das? Unsere Tempel? Unsere Tempel sind dunkel geworden. Seid das mag auch kein Teil. Achso, das habe ich schon. Und jetzt schon wieder so dürr Rätsel. Oh. Das ist echt uncool. Egal. Dann hören wir heute erst, also für heute mal auf. Dieses Ziel Rätsel, wenn wir uns für das nächste Mal aufsparen, ist gleich am besten. Gut, dann würde ich mal sagen, dann beende ich diese Folge für heute. Oder diese Aufnahmesation, in Anführungszeichen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, wie ist der? Daumen. Unten oder oben. Schreibt in die Kommentare Feedback, dass ich mich danach richten kann, was ich besser machen kann. Oder was ein bisschen schlechter war, was ich, wie gesagt, besser machen kann. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.